Liebe Kundinnen und Kunden, auch wenn unser Geschäft momentan geschlossen ist, die sind trotzdem für Sie da. Und wenn Sie noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sind, dann finden Sie bei uns die schönste Auswahl an Oben und Schmuck im Bergischen Land. Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop, wo viele unserer Produkte erhältlich sind. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Anliegen. Wir melden uns umgehend. Oder vereinbaren Sie doch einfach einen Termin zur Videoberatung. Dort haben wir die Möglichkeit, Ihnen bewegte Bilder und Videos von unseren Produkten zu zeigen. Den Termin zur Videoberatung können Sie auch online bei uns buchen. Ihr weihnachtlich verpacktes Geschenk können Sie dann persönlich bei uns abholen. Oder wir senden es Ihnen zu. Und wenn es zum Versenden schon zu spät ist und Sie uns nicht besuchen können, dann bringen wir Ihnen in einem Popat-Tal Ihr Geschenk auch gerne nach Hause. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Und wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020